WDR mediagroup GmbH Wir zeigen Ihnen heute ein Division Rivals Spiel Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Spiel heute, ein tolles Duell. Ich bin gespannt, ob beide alles abrufen können So werden die Gastgeber beginnen. Im Tor ist Alisson Williams Saliba spielt mit Thiago Silva in der Abwehr Bernardo Silva steht mit Bruno Guimaraes im Mittelfeld Und Michael Owen spielt im Sturm mit Darwin Nunes Moussat Yabi! Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist Ihnen auch gelungen Sie sind jetzt also in Führung. 1-0 Rafinha Rafinha Ja, der Schuss jetzt. Boah, wie Alisson den noch gehalten hat, das war eine Riesenparade. Was für eine Reaktion, was für eine Szene Nicht ungefährlich die Ecke, aber Silva klärt Die Balleroberung, exzellentes Pressing Sie darf sich heute in jedem Fall freuen, denn das ist heute für sie das hundertste Spiel bei diesem Klub Ja, und man spürt einfach, da kommt noch mehr. Es passt alles, die Harmonie ist da, die Chemie stimmt Gehalten von Jesse, weiter gefährlich Gefahr erstmal bereinigt Und das ist der Ballverlust Thiago Silva Darwin Sehr guter Einsatz Der Angriff jetzt, das waren sie gut Klasse gespielt Kein Tor Alisson behält die Nerven, macht zu Das war natürlich eine Riesenchance aus dieser Distanz Jetzt die Ecke Der Versuch mit dem Lupfer Was für eine Rettungstart Das war natürlich richtig knapp auf der Linie gerettet Super, wie er sich durchsetzt Die Gefahr scheint erstmal bereinigt Das war ein hervorragender Zweigampf Cascarino Erstmal geblockt Oka vor Michael Oana Ball Sie suchen die Lücke Gibt jetzt einige Optionen Das könnte was werden Kann klären, aufkosten dieses Einwurfs Unaufhaltsam Haben wir natürlich schon besser gesehen Keine Frage Keine Frage Kwicha Quaratscheli heißt das Kammer Winger mit dem Ball Rabiot Rabiot Ball vertindelt Er geht raus William Saliba Blandell Das ist Cascarino Oh und hatte Ball Er holt sich diesen Ball Das war so wichtig Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können Eduardo Kammer Winger Da haben wir ein anderes Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet Ja man sieht sie wollen es mit Pressing versuchen Gut geklärt aber Einwurf Blandell Das ist Cascarino Cascarino Ja gut nach innen gegangen Davin Ones Er ist zur Stelle Schöne Aktion Ah Wojciech Czesny Er ist natürlich ein unheimlich starker Keeper Mit einer Glanzparade Verteidigt er da in der Situation Den Eintore Rückstand Sakina Kacaui Er zeigt auf den Punkt Elber Chance auf den Ausgleich Er geht nicht rein Nein Da war der Torwart Und hat ihn ganz stark Er kommt in die Mitte Die Kopfballschance Aber das ist natürlich schwach Timing hat nicht gestimmt Blandell Das ist Cascarino Sie zieht vorbei Wichtig dass sie sich da durchsetzt Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte Der Schießrichter pfeift ab Es geht weiter Die zweite Hälfte wurde angepfiffen Und jetzt Er pfeift das Foul nicht ab Sondern gibt Vorteil Sehr gut gemacht Das sah natürlich gefährlicher aus Ich glaube da kann man durchaus Die Karte geben Ich glaube schon das war gelb Sehe ich auch so Absolut vertretbar Beschwert sich glaube ich auch Niemand drüber Ball in den 16er Klasse Timing hier Gut dazwischen gegangen Die Chance jetzt vielleicht zum Konter Da war die Chance für den Konter da Aber so wird das nichts Der Ball ist wieder weg Muss da die HB Und weiter spielen Er hat auf Vorteil entschieden Klasse Da sieht er Dass sich eine Chance ergeben könnte Weg ist der Ball Delfin Cascarino Die Chance hier Szene geht weiter Nach diesem Block Ganz stark abgeblockt Wieder einmal Er ist heute hellwach Klasse wie sie sich da den Ball holt Rapina Boah Nächster Ballverlust Nun jetzt Da ist er mit dem Block zur Stelle Rafinha könnte es auf den Flügel versuchen Ganz alleine die Chance Drehende ist der Ausgleich Sie haben hier also den Ausgleich geschafft 1-1 Halbe Stunde noch Dann ist das Spiel vorbei Oh kein Tor Schöner Ball Das war eine große Chance Bernardo Silva Musa Diaby Sie müssen schneller spielen Dann könnten sie die Defensive überraschen Und er geht am Gegenspieler vorbei Gutes Tackling hier Das macht er richtig gut Immer noch mit dem Ball Rafinha Naja das ist natürlich dann doch harmlos Er versucht es mit Im platzierten Ball Ist aber nicht platziert Wir sehen es Beide Mannschaften wechseln Sakina Katschawi Musa Diaby Gelb hat er gesehen Keine gute Aktion Muss er jetzt runter Ball kommt rein 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr Mal sehen was sich noch tut Ganz stark gemacht Das gibt eine gute Gelegenheit Kein Tor Das gibt es doch gar nicht Das war doch eigentlich ein sicheres Tor Unbedrängend Was macht der Keeper denn da Gehalten Ganz starke Aktion Jetzt die Ecke Torchance Supervolley aber kein Tor Das war technisch herausragend gemacht Das stimmt eigentlich alles Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter Ein wahnsinnig enges Spiel hier Chancen auf beiden Seiten Klasse Dicke Chancen Immer wieder Gefahr vor den Toren Das ist ein Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin Und irgendwie hält er ihn Platz auf außen hier für Rafinha Er kann sie in Führung bringen Was für eine Aktion So gerade eben noch verhindern sie das Tor Was für eine Rettungsdat Werner Werner Jetzt können sie es machen Da muss er aufpassen Auf außen ist jetzt Platz Sie kommen nochmal Weiter steht es hier Remi Könnte die Führung werden Da ist das Tor Da machen sie es Führung also In dieser Schlussphase Und das obwohl sie nur noch zu 10 sind Wer hätte denn damit gerechnet Ist das die Entscheidung Buschi Sieht ganz danach aus Wolf In wenigen Minuten ist hier Schluss Und sie haben die Führung Diaby Sie sehen Auf außen ist Platz Wird das die Entscheidung Gut abgeblockt Der Ball kommt nicht durch Ja Ballverlust Die Chance jetzt Alles und hält Ball ist noch ein Spiel Am Ball jetzt Adrien Rabiot Katshowi mit dem Ball Kamavinga Sie verlieren den Ball Ja Das könnte ihre letzte Chance sein Hier zumindest noch auszugleichen Das war eine gute Chance Aber der Ball wird abgeblockt Der Torwart passt da auf Ganz locker macht er das hier Weiter geht es mit einem Einwurf Das ist der Schlusspfiff Das Spiel ist aus Die Gastgeber haben diese heutige Partie also verloren Sie verlieren hier also Und das durch diesen späten Gegentreffer Ja wenn du dir den noch fängst Dann muss er dich nie wundern Dann wollen Sie Untertitelung des ZDF, 2020